Die Markgrafschaft Meeren war eine Monarchie in Mitteleuropa, die vom Jahre 1182 bis 1918 auf dem Gebiet der historischen tschechischen Region Meeren bestand. Hauptstadt des Landes war bis 1641 Ulmütz und später Brünn. Das Land gehörte zu den Ländern der böhmischen Krone und bildete zusammen mit dem Königreich Böhmen und dem Herzogtum Ober- und Niederschlesien, deren Kerngebiet. 1527 geriet es unter österreichische Herrschaft und war seit 1804 bzw. 1867 ein Kronland des Kaisertums Österreich und Österreich-Ungarns. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Markgrafschaft aufgelöst und Meeren Teil der neu entstandenen Tschechoslowakei. Geschichte Anfänge Die Markgrafschaft Meeren entstand mit deren Erhebung im Jahre 1182. Erster Markgraf wurde Konrad III. Otto, seine Herrschaft dauerte aber nur kurz. Bereits 1198 wurde Meeren mit dem neu entstandenen Königreich Böhmen vereinigt. Diese formale Union endete bereits 1197 und Wladyslaw Heinrich wurde neuer Markgraf. Sowohl er als auch sein Vorgänger entstanden aus dem Geschlecht der Prämisleiden, die gleichzeitig als Könige in Böhmen regierten. Die Prämisleiden regierten Meeren seit dem Herrschaftsantritt des ersten meerischen Fürsten Bratislavie, im Jahre 1029 bis zu ihrem Aussterben 1306 fast 300 Jahre lang. Auf die Dynastie folgte für ein Jahr das Haus Habsburg unter Rudolf III., der das Gebiet geerbt hatte und gleichzeitig König von Böhmen war. Im Jahr 1310 wurde Johann von Böhmen neuer Markgraf. Mit ihm kamen die deutschen Luxemburger auf den meerischen Thron. Ihm folgte sein Sohn Karl VI. Nach unter ihm erlebte Meeren wie auch Böhmen einen wirtschaftlichen und bildungstechnischen Aufschwung. Karl regierte als Markgraf jedoch nur kurz und übergab seinem Bruder Johann Sobislaus von Luxemburg Meeren 1349 den Titel. Dieser teilte die Herrschaft im Land mit seinen Brüdern. Sein Nachfolger Sigismund, der letzte Luxemburger Markgraf in Meeren, vereinte sie 1419 wieder. Nach seinem Tod 1423 brachen für das Land turbulente Zeiten an. In einer kurzen Zeitspanne regierten drei Herrscherhäuser, die Markgrafschaft, zuerst die Habsburger bis 1457, das Haus Kunststadt bis 1468 und die polnischen Jagiellonen bis 1526. Unter den Habsburgern bis 1867 1469 wurde Meeren vom Königreich Ungarn besetzt. Der ungarische König Matthias Korvinus versuchte mit Unterstützung des mehrischen Adels die böhmische Königskrone an sich zu reisen und ließ sich im gleichen Jahr zum neuen König von Böhmen wählen. Er konnte aber nie ganz die Herrschaft über das Königreich erlangen. Nach der Eroberung des Großteils Ungarns durch die Osmanen 1541 übernahmen die Habsburger, wie in allen böhmischen Ländern, auch 1527 in Meeren die Macht. Auf die Zeit ihrer Herrschaft fielen wichtige Ereignisse der mehrischen Geschichte, wie der Dreißigjährige Krieg, Absolutismus und die Schlesischen Kriege. Während der Schlesischen Kriege und zuletzt im Deutscher Krieg von 1866 bestand, wie bei Böhmen, für Meeren die Gefahr, vom Königreich Preußen annektiert zu werden. Erst mit der Deutschen Reichsgründung 1871 konnte man davon absehen. 1804 wurde Meeren ein Kronland des Kaisertums Österreich. Nach dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn 1867, in dem die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn entstand, blieb die Markgrafschaft Meeren Teil der österreichischen Reichshälfte. Das Land erhielt aber mehr Rechte und wurde eine konstitutionelle Monarchie. Von der Industrialisierung zum Ende die Zeit Österreich-Ungarns bildete für Meeren noch einmal eine Zeit des Aufschwungs. Die Industrialisierung und Urbanisierung verbesserte für große Teile der Bevölkerung den Lebensstandard. Meeren entwickelte sich, nach Böhmen, zu einem der fortschrittlichsten und reichsten Kronländer der Doppelmonarchie. Der um die Jahrhundertwende immer stärker werdende Nationalismus der europäischen Völker hielt auch in Meeren Einzug. Es kam zu ersten ernsthaften Spannungen zwischen der deutschen und tschechischen Bevölkerung im Land. Dem versuchte die Wiener Regierung durch einen Ausgleich entgegenzuwirken. Der sogenannte Meerische Ausgleich, der durch den Erlass von vier Landesgesetzen verwirklicht wurde, bildete eine wichtige Vorstufe zu einem österreichisch-tschechischen Ausgleich und konnte die ethnischen Konflikte im Kronland weitgehend besinftigen. In der Mitte des Ersten Weltkriegs kam 1916 mit Karl I., der letzte Meerische Maggraf, auf den Thron. Am 28. Oktober 1918 kurz vor der Auflösung Österreich-Ungarns am 31. Oktober wurde Meeren Teil der neu ausgerufenen Tschechoslowakei. Am 11. November als Karl I., auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften innerhalb der österreichischen Reichshälfte verzichtete, verlor er auch seine Herrschaft in Meeren. Das Land bestand in seiner Form noch bis zum 1. Januar 1949 als eine Region der Tschechoslowakei, Staat und Verwaltung. Meeren war seit ihrer Gründung 1182 ein reichsunmittelbares Territorium des Heiligen Römischen Reiches. 1804 wurde es als ein Kronland eine Verwaltungseinheit des Kaisertums Österreich. Als Kronland Österreich-Ungarns ab 1867 verfügte Meeren innerhalb Cis-Litheniens über weitgehende innere Autonomie. Die Monarchie verfügte seit 1861 über einen eigenen gewählten Landtag mit 151 Abgeordneten und entsandte Abgeordnete in den österreichischen Reichstag nach Wien. Die Landesverfassung von Meeren wurde am 30. Dezember 1849 erlassen. Sie wurde am 31. Dezember 1851 aufgehoben und am 26. Februar 1861 wieder eingesetzt. Formal war sie bis zum Erlass der tschechoslowakischen Verfassung von 1920 in Kraft. An der Spitze der staatlichen Verwaltung Meeren stand die K. K. Stadthalterei in Brünn, der die sämtlichen staatlichen Ämter mit Ausnahme der Gerichte in unmittelbarer oder mittelbarer Weise unterstellt waren. Zu den wichtigsten staatlichen Zentralstellen des Landes gehörte der K. K. Landesschulrat, der K. K. Sanitätsrat, die K. K. Polizeidirektion in Brünn, die K. K. Landesfinanzdirektion, die K. K. Post- und Telegrafendirektion, die K. 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 Staatsbahnbetriebsdirektion, die in Ulmütz ihren Sitz hatte, während alle anderen Zentralämter in der Landeshauptstadt amtieren. In Ulmütz war auch das oberste Gericht des Landes das K. K. Oberlandesgericht für Meeren und Schlesien, dem das Landesgericht in Brünn und die Kreisgerichte in Ulmütz, Iklau, Zetnaim, Ungarisch-Radisch und Neutisch einunterstanden. 1910 umfasste Meeren, 2897 Ortsgemeinden, 3291 Ortschaften, Brünn, Iklau, Kremsir, Ulmütz, Ungarisch-Radisch und Zetnaim bildeten autonome Städte. Selbst gliederte sich das Kronland seit dem 14. Jahrhundert in sechs große Kreise. Brünn, Gichlau, Ulmütz, Rerovorske-Hiradiste, Zetnaimo 1848 kam es zur Umstrukturierung und zur Schaffung von kleineren politischen Bezirken und Gerichtsbezirken. Diese wurden 1861 noch einmal umstrukturiert. Liste der Markgrafen Die meerischen Markgrafen waren zumeist auch in Personalunion die Könige von Böhmen. Es gab bis 1918 46 Markgrafen. Der Titel bestand seit Matthias II. nur noch formal. Wirtschaft, Meerenwirtschaft bildete eine der wichtigsten Grundlagen des Habsburger Reiches. Um 1900 war die Landwirtschaft die Hauptbeschäftigung der Bewohner. Von der gesamten Bodenfläche kamen auf Ackerland 54,79 Prozent, auf Wiesen und Gärten 8,21 Prozent, auf Weingärten 0,55 Prozent, auf Weiden 5,75 Prozent, auf Waldungen 27,44 Prozent. Der Ackerbau lieferte hauptsächlich Getreide und zwar 1903, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Mais. Außerdem wurden Hirse, Buchweizen, Hülsenfrüchte, Raps, Mohn, Anis, Fenchel, Flax, Hanf, Ferner in großer Menge, Kartoffeln, Zuckerrüben, Butterrüben, Kraut, Klee, andere Futter, Kräuter und Wiesenheu gewonnen. Der Gemüsebau liefert insbesondere Spargel, der Obstbau besonders Pflaumen zur Ausfuhr. Wein wurde an den Hügeln von Zetneim bis zur Mach hin, besonders um Wiesenz angebaut. Der Wiesstand umfasste 1900 zu 134 Pferde, 789.552 Rinder, 37.683 Schafe, 158.726 Ziegen, 455.318 Schweine, 3.120.520 Stück Geflügel, insbesondere Hühner und Gänse, Bienen. An Rohstoffen verfügte das Land über Steinkohle, Braunkohle, Eisennetz, Roheisen, Grafit und Kupfer. Die Zahl der im Bergbau und in den Hüttenwerken verwendeten Arbeiter betrug um 1913.209. Der Wert der Jahresproduktion 27.768.110 Kronen. Die Industrie stand in Meeren seit der Industrialisierung auf einer hohen Stufe. Der wichtigste Zweig war die Schafwollindustrie, die die Streichgarnspinnerei, Kammgarnspinnerei, Streichgarnweber-Ei, Erzeugung von Kammgarn und gemischten Stoffen, Schafwollwarendruckerei, Erzeugung von Teppichen und Decken umfasste. Weitere Textilindustriezweige waren die Seidenweberei, Baumwollspinnerei und Weberei, Flachsspinnerei und Leinweberei, Junteweberei, Baumwolldruckerei, Färberei und Apertur, Bändfabrikation, Wirkerei und Spitzenfabrikation. Hochentwickelt war vor allem die Rübenzuckerfabrikation, die 1954 Fabriken mit 23.085 Arbeitern und einer Produktion von 2.823.682 metrische Zentner Zuckerbeschäftigte. Eisen- und Stahlwaren, Gusswaren, Schienen, Bleche, Röhren etc. liefern vor allem große Werke in Witkowitz, Blensko, Friedland und Soboten. Andere Erzeugnisse der Metallindustrie waren Eisengeschirr, Maschinen, Drahtstifte und Zinkblech. Wichtig waren ferner die Fabrikation von Männerkleidern und Hüten, die Gerberei und Schuhwarenfabrikation, die Brandweinbrennerei und Likörerzeugung, die Bierbrauerei und die Malzfabrikation, der Mühlenbetrieb, die Herstellung von chemischen Produkten, die Tonwaren, Glas- und Papierfabrikation, die Erzeugung von Möbeln aus gebogenem Holz und Wagen. Vom Staat wurden sechs Tabakfabriken betrieben. Der Handel war bedeutend, die Ausfuhr umfasst sowohl Rohprodukte als Fabrikate. An Verkehrswegen besaß mehreren 1.878 km Eisenbahn, 12.132 km Landstraße und 264 km Wasserstraßen. Demografie Die märische Bevölkerung zur Zeit der Markgrafschaft erlebte, nachdem Ereignisse wie der Dreißigjährige Krieg zu einem starken Bevölkerungsrückgang geführt hatten, zur Zeit Österreich und ganz ein starkes Bevölkerungswachstum. Alleine von 1890 bis 1900 kam es zu einer Vermehrung von 7,1%. Die Einwohnerentwicklung betrug im selben Zeitraum. Der Nationalität nach war die Bevölkerung überwiegend slawisch und deutsch. Die deutsche Minderheit lebte überwiegend an den Grenzen zu Niederösterreich und Schlesien, sonst in verschiedenen Sprachinseln und in allen größeren Städten. Die Slaven unterschied man zumeist durch lokale Bezeichnungen. Die ethnische Verteilung belief sich 1910. In kirchlicher Hinsicht bildete Meeren die Diözese Ulmütz, der bis heute das Bistum Brünn untersteht. Es gab 18 evangelische Gemeinden, die der Superintendantur von Meeren und Schlesien untergeordnet. Seniorate gab es in Brünn, Stoschau und Zauchtel. Die hellwetische Kirche hatte eine Superintendenz in Ingrovitz und gliedert sich in zwei Seniorate und 24 Pfarrämter. In fast allen bedeutenden Gemeinden bestanden jüdische Kultusgemeinden. Zusammen 50. Daneben gab es noch einige kleinere Gemeinschaften wie die orthodoxe Kirche und Hossidenbewegung. Die religiöse Verteilung belief sich 1910. Die Bevölkerungsdichte betrug 1910-118 Einwohner. Bildung und Kultur Meeren wies eine der höchsten Alphabetisierungsraten in Österreich-Ungarn auf. An Unterrichtsanstalten bestanden in der Markgrafschaft eine deutsche und eine tschechische Technische Hochschule in Brünn. Zwei theologische Lehreranstalten, 30 Gymnasien und Realgymnasien, 28 Realschulen, 11 Lehrerbildungsanstalten, 4 Staatsgewerbeschulen, 15 gewerbliche Fachschulen, 4 höhere Handelsschulen, 46 Land- und Forstwirtschaftliche Schulen, eine Bergschule, eine Militär-Oberrealschule und 2647 Volksschulen. Kulturell erlebte Meeren insbesondere in der Enphase der Markgrafschaft eine kulturelle Blütezeit, insbesondere der, seit der Auflösung der Tschechoslowakei 1992. Teilweise wieder aufkommende meerische Nationalismus und Separatismus führt bis heute in der Region zu einer Glorifizierung der damaligen Zeit, in der Meeren weitgehend selbstständig war. Auch brachten die neuen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Errungenschaften einem Großteil der Bevölkerung bessere Lebensbedingungen und ermöglichten, neben einem gewissen Wohlstand, die Beteiligung der Mehrheit der Bevölkerung am kulturellen Leben des Kronlandes. Das zeigte sich vor allem beim Wachstum der wichtigsten Städte wie der Hauptstadt Brünn oder Ulmütz, die stark ausgebaut wurden und zu wichtigen Zentren in Kultur, Politik und Wissenschaft wurden.